Das sieht gut aus, ihr Süßen, ja. Das Möhrchen wird heute wohl da unten schlafen, ja. Bei dir, Knödi, mache ich nachher die kleine Klappe da wieder hoch, ne, dann kannst du heute Nacht auch gut schlafen. Tja, und Susi, du kannst überlegen, ne, ob du auch auf dem Fußboden mitschlafen willst. Du könntest zum Knödi mit, genau, du könntest da mit reinklettern, kannst aber auch zu deinem Kitty gehen, ne. Ja, mein Schatz, ihr macht es super, klasse, toll, tolle kleine Kuckucksfamilie. Und der Knödi putzt sich, oh, schön, mein Schatz. Ja, du, mein Schatz, ihr alle, mein Schatz, ja, du, mein Knödi-Schatz, freue ich mich, freue ich mich, dolle, dolle, dolle. Sehr gut, du, mein Schatz, ja, du, mein Schatz, ja, du, mein Schatz. Ja, du, mein Schatz. Ja, du, mein Schatz, ja, du, mein Schatz, ja, du, mein Schatz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass ich zugucken durfte. Guckst du auch zugnötig? Ja? So ist es eine tolle Kuckucksmama, ne? Aber sowas von. Du bist auch ein toller Kuckuckspapa. Na klar. Prima, ihr Süßen. Okay, bin wieder weg.